Stellen Sie sich mal bitte kurz für uns vor. Mein Name ist Dr. Jürgen Oehrmann, ich bin Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und bin seit 1996 auf der Insel tätig. Welche Behandlung bieten Sie an? In erster Linie gynäkologisch-geburtshilfliche Behandlung, aber ich habe nebenbei in der Praxis, und das ist eine der Säulen, die proktologische Behandlung von Frauen und von Männern. Das ist eine Besonderheit der Praxis, weil hier das ambulant durchgeführt wird. Die Spanien machen das in der Regel in die Krankenhäusern und hier wird das ambulant durchgeführt. Man bestellt die Patientinnen oder Patienten drei-, viermal ambulant ein und es ist ohne Krankenhausaufenthalt verbunden. Warum haben Sie die Praxis hier auf Mallorca gegründet? Ich bin ein Freund Spaniens und ein Freund des Mittelmeeres und ich bin jahrelang am Festland gewesen und es war immer eine Diskussion in der Familie, dass man so die letzten zehn Jahre seines Berufes in Spanien verbringt. Sprechen Sie uns an und lernen Sie uns kennen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Praxis.